Und Jesus ward zum Palast Caiphas, wo selbst ihr Priesterrat versammelt saß, mir hingerissen als geführt, und Petrus bald von Grau und bald von Furcht gerügt. Im Dessen ward ihr Rat noch nur umsonst geflissen, durch falsche Zeugen ihn zu fangen, die erholmen Caiphas also zu Jesu sprach. Wir wollen hier von dem, was wir gegangen, und deiner Lehrennachricht wissen. Was ich gelehrt, ist öffentlich geschehen, und darf ich ja es dir ja nicht erst sagen, du kannst nur die, so mich gehört, fragen. Du Ketzer willst dich unterstehen, zum Hohen Priester so zu sprechen, ach, dieser Schlag soll deinen Frieden rechen. Amen.